Herzlich Willkommen bei Brenten-Bunddorffs Asthma-Physik AstroTV. Der sechst hellste Stern am Nachthimmel, das gleichzeitig auch der dritte hellste am Nordhimmel ist, ist das Thema für unser heutigen Video. Und der Stern ist Capella. Capella, der Hauptstern im Sternbild Vormann. Capella heißt im Lateinischen kleine Ziege. Das Ganze ist auf einer griechischen Sage in der Mythologie zurückzuführen, die besagt, dass der junge Zeus von einer Ziege mit dem Namen Almatäa gezeugt worden ist und Capella stellt die Ziege Almatäa dar. Denn Capra bedeutet Ziege auf Lateinsch. Capra ist der lateinische Begriff für Ziege. Und Capella, Capra, das hört sich schon ziemlich ähnlich an, wenn man sich das so anhört. Aber eine andere Definition zur Almatäa besagt, dass Almatäa eine Nymphe war, die Zeus mit Ziegenmilch gesäugt hatte. Und die andere Variante ist, dass Almatäa die Ziege selbst war. Also dazu kann man halt verschiedene Beschreibungen finden. Aber jetzt wollen wir über den Stern Capella richtig reden. Also ich möchte jetzt Capella beobachten. Was muss ich über Capella wissen? Also Capella ist von Mitteleuropa aus ein zirkumpolare Stern. Das heißt, in Mitteleuropa geht dieser Stern niemals unter und es ist immer irgendwann im Himmel zu finden. Und im Winter, insbesondere im Januar, steht Capella sogar nahe am Zenit. Aber wenn man natürlich Capella finden möchte, muss man natürlich wissen, dass sich Capella im Steinbild Vormann befindet. Was ich natürlich ganz am Anfang des Videos ja gesagt habe. Oder eine etwas einfachere Variante der Capella zu finden ist, wenn man das Wintersechseck erkennt. Das Wintersechseck ist ein Asterismus. Also so eine Art, sagen wir mal so, Sternbildähnliche Figur im Himmel. Wintersechseck, aha, das besteht aus sechs Sternen. Und diese sechs Sterne gehören zu unerfühlichen Sternbildern an. Und ein Mitglied von das Wintersechseck ist Sirius, der hellste Stern am Nachthimmel. Und wenn man den gefunden hat und man sieht eine Nähe von Sirius, einen auffällig gelben, hellen Stern, dann weiß man, dass es sich darum um Capella handelt. Aber es gibt noch viel, viel mehr über Capella zu sagen. Capella ist ein Doppel-Doppel-Stern-System. Das heißt, es sind vier Sterne insgesamt. Wir haben einmal ein Doppel-Stern-System. Und dazu gehört noch ein Doppel-Stern-System. Man könnte auch physisch gebundenes, hierarchisches, Kartruppel-System dazu sagen. Oder Mehrfach-Stern-System oder Vierfach-Stern-System. Es gibt verschiedene Begriffe dazu, wie man das Ganze nennen kann. Schon am Ende des 19. Jahrhunderts war nämlich schon bekannt, dass Capella ein Doppel-Stern ist. Und in den 1920ern und den 1930ern, so um den Trejo-Rubatas, hat man festgestellt, dass zu den Doppel-Sternen Capella, die die Bezeichnung Capella A und Capella AB tragen, noch zwei rote Zwerge dazugehören, Capella H und Capella L, die ungefähr 10.000 astronomische Einheiten von Capella A und Capella AB entfernt sind. Also dann, seitdem weiß man, dass es insgesamt vier Sterne sind in diesem System. Die halt physisch aneinander gebunden sind. Aber, jetzt wollen wir was zur Capella A und Capella AB sagen. Das sind zwei gelbe Riesensterne. Das heißt, sie haben schon bereits ihren Wasserstoffvorrat im Kern verbraucht, weil sie ja keine Hauptreihensterne, wenn es Riesensterne sind. Und sie bewirkt sich gerade auf dem Weg, sich zu einem roten Riesenstern zu entwickeln. Und da diese Sterne die zweieinhalbfache Sonnenmasse etwa haben, kann man davon ausgehen, dass sie während ihrer Hauptreihenphase entweder ein B-Stern waren oder ein extrem früher A-Stern war. Das heißt, sie haben blau geleuchtet, haben Oberflächttemperatur von ungefähr 10.000 Grad gehabt. Und selbstverständlich, da es Sterne mit zweieinhalbfacher Sonnenmasse ist, muss der Stern natürlich jünger sein als die Sonne, obwohl sie schon bereits an der Endphase der Entwicklung sich befinden, während die Sonne noch 5 Milliarden Jahre vor sich hat. Das liegt ganz einfach daran, weil massenreiche Sterne ihren Brennstoff im Inneren viel schneller verbrauchen als massenarme Sterne. Also das Alter von Capella A und Capella AB kann man so auf etwa 600 Millionen Jahre schätzen. Beide Sterne haben etwas mehr als die 70-fache Sonnenleuchtkraft und Capella AA ist 12 mal so groß wie die Sonne, Capella AB ist 8,8 mal so groß wie die Sonne. Diese beiden Sterne sind 0,74 astronomische Einheiten voneinander entfernt, das ist gerade mal der Abstand zwischen Venus und Sonne, also die sind sehr nah beieinander, also besser sagen wir zueinander und die umkreisen sich einmal in 104 Tagen um ihren gemeinsamen Schwerpunkt auf nahezu perfekte Bahnen. Also der gemeinsame Schwerpunkt, damit ist das Baryzentrum gemeint, also der Massenmittelpunkt, was man mit Hilfe von physikalischen Formen berechnen kann. Und jetzt zu diesem Doppelsternsystem Kapelle AA und Kapelle AB gehört ja noch ein paar rote Zwerge, die ebenfalls ein Doppelstern sind und da handelt es sich um Kapelle H und Kapelle L und die sind etwa 10.000 astronomische Einheiten von Kapelle AA und Kapelle AB entfernt. Aber jedoch sind Kapelle H und Kapelle L etwa 49 astronomische Einheiten voneinander entfernt und brauchen dann etwa 300 Jahre, um sich einmal selbst zu umkreisen. Ich hoffe, dass euch dieses Video zur Kapelle gefallen hat, dass es sich halt um ein Vierfachsternsystem handelt. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich würde mich natürlich sehr über Kommentare freuen und auch über Fragen, falls das eine oder andere unklar war oder wenn ihr noch etwas dazu erfahren wollt. Lasst gern ein Like da und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao.